Guten Morgen hier von meinem Handelsbüro aus Delitzsch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Was war das gestern wieder für ein Tag? Große Korrekturen weiter in den Indizes hier bei uns in Europa. In den USA ging es zum Handelsbeginn auch ein ganzes Stückchen abwärts. Teilweise sind die Indizes dort dann wieder etwas höher gelaufen. Das Thema Handelsstreit ist momentan wieder in aller Munde. Der Ölpreis hat die massiven Verluste vom Freitag teilweise wieder deutlich aufholen können. Also wir haben momentan wieder wirklich hohe Volatilität an den Märkten. Das ist für all diejenigen im kurzfristigen Trading-Bereich natürlich sehr, sehr interessant, weil wo Bewegung ist, kann man natürlich auch Geld verdienen. Und dafür ist auch der Blick in die Charts da, damit wir hier heute einfach mal auf ein paar interessante Trading-Chancen wieder blicken können, die wir hier in den Märkten natürlich auch immer wieder traden können. Bevor wir damit anfangen, natürlich wie immer zuerst der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit fangen wir auch gleich mit den wichtigsten Dingen an. Dann erst einmal einen schönen guten Morgen noch an all diejenigen von Ihnen, die hier zusammen direkt im Live-Webinar auf Facebook dabei sind. Ludger und Elena, schön euch wieder hier dabei zu haben. Ich hoffe, ihr findet die ein oder andere Idee, die euch selbst auch gefällt. Wenn Fragen sind, scheuen Sie sich bitte nicht. Fragen Sie direkt hier im Facebook-Chat und dann können wir die Charts oder Ihre Fragen direkt auch mit klären. So, nun muss ich nur noch ganz kurz mal natürlich die Charts für Sie vorbereiten, die wir hier oder die ich heute entsprechend in den Märkten für Sie vorbereitet habe. Das ist der japanische Yen auf alle Fälle im Schweizer Franken. Wir haben den britischen Fund und wir haben den US-Dollar und die norwegische Krone, die wir hier miteinander auch auf der Uhr mithaben. Und da starten wir gleich mal mit den Charts. Aber bevor ich in die Handelsideen für heute hinein starte, muss ich Ihnen einfach noch mal was zeigen. Etwas, das in den Währungen, gerade in den Währungen immer, eine Geschichte ist, die läuft wirklich richtig gut. Das ist was für Early Birds, für Leute, die morgens zeitig an den Märkten unterwegs sein wollen, weil häufig werden diese Dinge, die ich Ihnen gleich zeige, in den frühen Morgenstunden auch aufgelöst. Was wir hier sehen, ist eine Trading Range hier im Euro, im Euro-Dänischer Krone. Wir haben hier eine sogenannte Overnight Range und diese Overnight Range wird sehr, sehr häufig dazu führen, dass wir gute Trade-Möglichkeiten haben. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, was ich damit meine. Schauen Sie mal, hier haben wir eine relativ flache Overnight Range. Also das, was sich über die Nacht sozusagen in den Märkten hier bewegt hat. Man muss dazu sagen, dass gestern Abend oder gestern im Laufe des Tages hier eine brutale Bewegung in diesem Währungspaar stattgefunden hat. Aber das braucht uns jetzt nicht zu kümmern. Wir erwarten einfach, was die Märkte machen. Und was man hier jetzt einfach machen kann, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Range und wir traden diesen Range Ausbruch. Und dabei ist es halt wichtig, dass Sie mit richtigen Strategien auch arbeiten. Was sich hier wirklich gut gemacht hat, ist, dass man sagt, man versucht jetzt nicht riesengroße Bewegungen rauszuschneiden, sondern einfach ein Stück weit aus dieser Range, aus diesem Ausbruch dieser Range auch mitzunehmen. Da ist es natürlich wichtig, dass nicht zu viel riskiert wird. Das heißt, wenn Sie sich hier beispielsweise sagen, okay, wir traden diesen Ausbruch aus dieser Range und möchten jetzt beispielsweise 10 Pips riskieren, dann ist es ganz gut, wenn man sagt, okay, nach 10 Pips im Gewinn wird die Hälfte der Position glattgestellt, nach 20 Pips im Gewinn die zweite Hälfte. Und unter dem Strich funktioniert das wirklich relativ gut. Also wenn Sie dann auch ein bisschen Erfahrung haben, dann läuft das Ganze. Das heißt, was hier gemacht wird, ist natürlich, wir legen die erste Order sozusagen hier oben rein, gleich oben drüber, wenn der Ausbruch kommt. Das wäre dann sozusagen unsere Entry Order. Die zweite Order kommt dann im Endeffekt als Absicherungsorder in den Markt hinein. Ich will das bloß mal ganz kurz hier rein skizzieren. Das heißt, die packen wir einfach 10 Pips unten drunter, wenn der Ausbruch oben drüber gekommen ist und dann wird das Ding laufen gelassen. Und die Gewinnmitnahme-Orders, um da nicht großartig auch nachzudenken und immer mit dabei zu sein, da arbeiten wir halt einfach bei dieser Strategie mit zwei verschiedenen Ordertypen, mit zwei verschiedenen Orders und die erste kommt sozusagen 10 Pips oben drüber, die zweite 20 Pips über den Einstieg und fertig ist die Geschichte. Also so einfach kann man diese Range-Ausbrüche traden. Man muss nicht mal überlegen, entscheide ich mich jetzt für die Oberseite oder für die Unterseite. Nein, es ist völlig egal, wenn der Markt diesen Bruch nach oben macht. Kommt halt häufig Bewegung in diese Richtung und damit ist einfach gutes Geld an den Märkten zu verdienen. Und das ist etwas, das wollte ich Ihnen in dem Vorfeld, bevor wir die Handelsideen für heute miteinander besprechen, einfach einmal zeigen, weil das immer, immer wieder sehr, sehr, sehr spannend ist. Das ist etwas Kurzfristiges, deshalb habe ich das sehr, sehr selten in diesen Webinaren hier drin, weil diese Webinare werden ja auch im Nachgang immer mal noch angeschaut und da lege ich schon großen Wert darauf, dass diese Ideen, die ich hier poste, für eine möglichst breite Händlergruppe da ist. Das heißt für die kurzfristigen Trader genauso auch wie für die mittelfristigen Trader. Diese kurzfristigen Sachen hier sind aber hochspannend und es macht einfach Spaß, das zu traden. Also ein kleiner Ausflug mal in eine meiner Trading Strategien und damit würde ich doch dann sehr, sehr gern zurückkommen zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Das heißt, ich gehe einfach mal rüber in den Chart des Schweizer Franken-Japanischen Yendap, leuchten mir natürlich wieder den Tageschart und oha, es ist ja der Hammer, was hier schon wieder passiert ist. Ich muss Ihnen sagen, das tut mir jetzt an dieser Stelle ein kleines bisschen leid, jetzt im Webinar Ihnen diese Handelsidee vorstellen zu wollen. Im Blog war sie schon drin. Diejenigen, die den Blog gelesen haben, konnten hier möglicherweise schon den ersten Trade richtig gut in den Tag starten. Was war die Situation gestern Abend bzw. am gestrigen Handelstag? Wir hatten hier diese Kerze, die ich für Sie hier markiert habe im Chart. Das ist einfach der Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Entschuldigung, ein bisschen jetzt etwas euphorisch, wie gut das Ganze läuft, wenn man die Strategien richtig plant. Ich hatte den Markt hier gestern Abend sozusagen aus der Richtung betrachtet oder für die Vorbereitung von den Chart gestern Abend, wir hatten diese Kerze hier. Diese Kerze ist eine Kerze, die ist mit dem Hoch über das Hoch der Vortageskerze, mit dem Tief unter das Tief der Vortageskerze gegangen, hat aber deutlich nach oben gekauft. Das heißt, diese Art von Kerze, diese Umhüllungskerzen, können zwei Dinge möglich machen. Zum einen natürlich den Bruch nach oben, also den Schub nach oben oder den Schub nach unten, weil der Markt wollte hoch, ist wieder runtergegangen, wollte runter, ist aber wieder deutlich hochgegangen. Das ist so ein bisschen so ein Zeichen, naja, so richtig wissen wir nicht wohin. Die ersten Anzeichen haben darauf hingedeutet, dass der Markt eher hoch will, als er runter möchte. Ja, das ist dann auch das erste Szenario gewesen, was ich da im Kopf hatte, zu sagen, okay, wenn der Markt hier hochdreht, wenn man mal in die untergeordneten Trendabläufe schaut, dann hat man hier oben halt auch einige Widerstandsbereiche, die der Markt nach oben hätte hin anlaufen können. Das war der erste Blick, kurzfristig. Der zweite Blick hat mir aber sagen lassen, hoppala, Mike, schau doch einfach nochmal richtig in den Markt hinein. Schau doch nochmal, was wir hier gerade haben. Und da habe ich gesehen, aha, wir hatten jetzt hier die Situation, dass der Markt eine Abwärtsbewegung hatte. Ich will nur mal die Skizzierung von der Farbe anders machen, dass wir das besser sehen können. Wir hatten hier sozusagen eine Abwärtsbewegung, eine Gegenbewegung, wo wir kein neues Hoch gemacht haben. Und dann, schau mal einer her, wir hatten jetzt hier schon einen bestehenden Abwärts-Drand. Zwar nur mal angepiekst, aber es ist egal, der Markt ist schon mal nach unten gelaufen. Heißt, die zweite Handelsidee ist möglicherweise die mit dem höheren Potenzial. Warum? Wir haben jetzt hier einen Abwärtsmarkt, der jetzt gestern hier etwas korrigiert hat. Läuft der Markt unten drunter? Hatten wir halt auch relativ nah schon einige Tagestiefs liegen. Schauen Sie mal hier, die Tagestiefs werden schnell angelaufen. Hier, das Tagestief vom 4. April, das Tagestief vom 4. Juni, das Tagestief vom 1. Juni. Die lagen relativ weit dran. Und schauen Sie, was passiert ist. Der Markt rutscht da einfach unten drunter. Und das sind die Punkte. Da lohnt sich wirklich das Hinschauen, weil das Anlaufpunkte sind, wo häufig auch Orders liegen. Und da kann man wirklich sehr, sehr schön abfischen und die Gewinne mitnehmen. Das Ganze sollte man sich dann natürlich auch in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Und das war hier gestern genau der Punkt, den ich mit Ihnen hier an dieser Stelle auch nochmal betrachten möchte. Wir haben hier in der Stunde sozusagen sehr schön einen Markt gehabt, der im Abwärtstrend sich befunden hat. Hier unten hat sich dieser Abwärtstrend fortgesetzt und dann kam der Schub nach unten. Das war die Handelsidee für die fallenden Kurse. Ich möchte nochmal ganz kurz die Handelsidee für die steigenden Kurse erläutern. Die Handelsidee war auf der Tatsache beruht, dass wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend hatten, der hier oben in diesen Bereich reingelaufen ist, in diesem Widerstandsbereich. Hätte der sich jetzt hier an dieser Stelle hier unten gefangen, also hier in diesem Bereich, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass der Markt einfach wieder hochdreht und diesen Abwärtstrend nach oben fortsetzt. Das wäre dann der Weg in diese Richtung gewesen. Das wäre dann das Beispiel für die aufwärts steigenden Kurse gewesen. Diese beiden Handelsideen waren hier im Markt durchaus legitim zu sehen. Und Sie sehen, wie schnell das manchmal gehen kann, dass man hier in den Profit kommt, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort natürlich ist. Und damit würde ich gerne in das nächste Währungspaar wechseln. Und zwar ist das US-Dollar, norwegische Krone. Schauen wir auch hier wieder in den Tageschart hinein. Und hier das gleiche Bild, der Early Bird läuft einfach hier wirklich sehr, sehr, sehr schön. Stefan Matzke, einen schönen guten Morgen. Danke für die Grüße, für den schönen Tag. Ich hoffe, Sie können hier das ein oder andere mitnehmen. Und auch an Sie, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht rein damit in den Chat. Und dann können wir gerne auch Ihren Wunschmarkt beleuchten. Gut, also zurück zum US-Dollar, norwegischer Krone. Was haben wir hier? Wenn Sie sich diese Kerze anschauen, werden Sie sehen, die hat sehr, sehr hohe Gleichlaufen mit dem Chart, den wir gerade eben gehabt haben. Das heißt, das Tief war unter dem Tief der Vortageskerze. Das Hoch war über dem Hoch der Vortageskerze. Allerdings war diese Kerze andersrum gestrickt. Das heißt, wir hatten hier einen starken Rückgang von oben nach unten. Heißt hier in diesem Fall, wird diese Kerze nach unten bestätigt, dann haben wir die Situation, dass der Markt nach unten laufen kann. Da wären dann Anlaufpunkte hier im unteren Bereich gewesen, in diesem leichten Widerstandsbereich um die Kurse von 8,071 etwas tiefer dann laufen. Sie sehen es, wir haben hier diese Punkte laufen. Das sind auch die, die wir im Stundenschart mit sehen können, wenn wir das mal ganz kurz etwas kleiner hier machen. Das sind sozusagen Anlaufpunkte auf der Unterseite, wo der Markt hier entsprechend eventuell Halt finden könnte. Das heißt, das wäre so ein leichter Supportbereich gewesen, als erste Anlaufmarke hier an dieser Stelle aus dem Tagesschat heraus, wenn der Markt entsprechend mit Schwäche reagiert hätte. Ein großer Support wäre dann oder liegt dann sozusagen im Markt hier unten in diesem Bereich dieses aktuellen Tiefs, was wir hier gehabt haben, beziehungsweise hier drüben bei 7,97,010 in diesem Dreh herum. Das wäre die Idee nach unten gewesen. Aber Sie sehen es ja selbst auch. Wir haben hier übergeordnet einen Aufwärtstrend. Das heißt, diese Idee, die hier kam, wäre nur dann gewesen, wenn der Markt nach unten die Korrektur noch etwas tiefer fortgesetzt hatte und dann vielleicht noch eine Korrektur, eine Interkorrektur und dann wieder nach oben zu drehen. Das heißt, untergeordnet einen Aufwärtstrend zu bilden. Das wäre im Endeffekt das Szenario gewesen, wenn es der Markt nach unten spielt. Aber diese Envelope Candles sind auch dazu in der Lage, den Markt einfach nach oben zu treiben, je nachdem, was die Marktteilnehmer machen. Und deshalb ist es halt auch wichtig zu schauen, wie ist das übergeordnete Chartbild hier in diesem Sinne. Und wir sehen es, ich zeichne es für Sie auch gleich mal ein, wir haben hier halt übergeordnet einen Aufwärtstrend, der mit der Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, sozusagen einfach nur das darstellt, was wir momentan haben. Wir haben eine Korrektur in einem laufenden Trend, in diesem Falle einem laufenden Aufwärtstrend. Zwar hat dieser Markt den Bewegungstrend gebrochen, den wir hier sehen. Wir hatten ja hier einen Aufwärtstrend in der Bewegung. Nur das ist völlig normal, dass ein untergeordneter Trend innerhalb einer Korrektur auch gebrochen werden kann. Das ist ein ganz normales Szenario. Das heißt, man sollte hier auch aufpassen, dass man sich nicht gegen den Trend stellt. Und hier haben wir genau die Tatsache, wenn wir auf dem Markt warten, was passiert, sehen wir halt solche Dinge. Und jetzt ist die Dynamik nach oben wieder gestartet. Das heißt, hier diese Anlaufpunkte, diese Tageshochs, wir sehen es auch hier, die liegen so eng aneinander, dass da einfach starke Dynamik aufkommt. Das heißt, hier der Fortgang der Bewegung mit dem großen Anlaufbereich hier oben an den Hochs, das sind hier oben diese Marken, die immer wieder wichtig sind. Das nächste Tageshoch liegt dann bei 8,30, 1,49, gefolgt von 8,32, 9,04. Also auch die liegen relativ eng aneinander. Und Sie sehen, welche Dynamik dahinter springen. Das heißt, das ist ein Marktlauf, den wir gerade haben, wo der Markt wirklich sehr, sehr gerne naheliegende Tageshochs anlüften. Da kommt es dann zur Dynamik. Jetzt muss man natürlich erstmal sehen, was hier passiert. Der erste Schub ist durch. In den untergeordneten Zeitanheiten sieht man, die stehen wirklich weit in der Bewegung. Und aus diesem Grund läuft das, was ihr gerade seht, als Bewegung sozusagen unten rein. Und dann möglicherweise, wenn hier eine Korrektur kommt, können wir aus dieser Bewegung, also aus der Korrektur des Stundencharts sozusagen wieder nach oben traden. Das heißt, wenn wir hier auf eine Korrektur warten, dann sieht das im Endeffekt so aus, dass der Markt hier etwas nach unten läuft und dann wieder irgendwann nach oben dreht. Und wenn wir uns das Ganze mal in den 5 Minuten beispielsweise anschauen, dann treten wir die 5 Minuten in die Stunde. Und wir sehen diese massive Dynamik hier nach oben. Und das kann wirklich sehr schön dann dazu genutzt werden, aus der Korrektur heraus zu treten. Das heißt, wenn es in der Stunde zur Korrektur kommt, läuft der Markt runter, dreht irgendwann wieder rum, dann sehen wir möglicherweise sogar in den 5 Minuten erstmal einen kleinen Abwärtstrend, der dann gebrochen wird und wieder einen Aufwärtstrend macht. Das hier entsprechen das Szenario im Währungspaar US-Dollar, norwegische Krone. Und damit gehen wir direkt in den UK 100. Das heißt, den Aktienmarkt von Großbritannien ziehe ich auch gleich direkt mal in den Tagesschart hinein. Und auch hier, ah Mann, das ist aber heute auch ein Tag. Das tut mir wirklich leid, dass uns die Setups, die Premium-Setups hier sozusagen momentan so davonlaufen. Wir haben aktuell eine solche Dynamik. Das ist der blanke Wahnsinn. Schauen Sie sich an. Wir hatten hier eine Bewegung, eine Korrektur. Diese Korrektur, dieser leicht aufwärts gerichtete Kanal ist eine, 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 oder Flagge, wie auch immer Sie das nennen möchten, ist ein bärisches Korrekturmuster. Und wenn ein solches Korrekturmuster gebrochen und bestätigt wird, dann haben wir hier die Situation, dass dieses sich häufig auch nach unten noch ein Stück weit fortsetzt. Was ist hier passiert? Wir hatten hier eine Bewegung, wir hatten eine Korrektur. Und hier unten in diesem Bereich, wo ich diesen blauen, wo ich dieses blaue Rechteck gezeichnet habe, das ist der Bereich, wo der Abwärtstrend entstanden ist. Das heißt, wir haben jetzt hier einen validen Abwärtstrend. Und hier sehen wir auch aneinanderliegende Tagestiefs. Schauen Sie mal, hier liegt ein Tagestief nach dem anderen. Das kann wirklich sehr stark zur Dynamik nach unten führen. Und das sind dann natürlich die spannenden Geschichten, die wir immer wieder in den Märkten sehen. Das heißt, diese Handelsidee war tatsächlich die, schauen Sie sich solche Sachen ruhig auch an in Ihrer Vorbereitung. Gestern hatten wir hier den Bruch, der Markt kam stark zurück. Das war die Korrektur des Bruchs. Und eine Fortsetzung führt dann halt dazu, dass wir untergeordnet der Stunde abwärts gerichtet sind, in die Abwärtsrichtung des Tages. Und dann haben wir hier unten das, was kommen muss, wenn sich Trends nach unten fortsetzen. Wir haben im Endeffekt genau das Laufen. Schauen Sie hier, wir hatten hier diese starke Bewegung, die unten drunter rausgelaufen ist. Dann gab es nochmal einen Rücksetzer. Und dann haben wir hier sehr schön den Trend. Das heißt hier, Bewegung mit Bruch. Was dann völlig normal ist, eine Gegenbewegung. Hochgruß, mein Strich. So, das war die Gegenbewegung. Und dann können Sie sich wirklich schon auf die Laufe legen, wenn dieser Bereich unterbrochen wird und die Marktdynamik von oben nach unten kommt. Dann entsteht hier entsprechend, es ist dann dieses Szenario, wenn wir eine Bestätigung des Ausbruchs haben. Das heißt, hier haben wir dann den Abwärtstrend. Und den kann man sehr schön treten. Und was Sie hier sehen, ist einfach Markttechnik, Dau-Theorie, wie auch immer Sie das deuten wollen. Par excellence. Das heißt, Sie können wirklich sehr, sehr, sehr schön treten. Sie können die Rücksetzer sehr gut dazu nutzen, um nach unten zu gehen. Also wirklich auch wieder sehr, sehr fein an dieser Stelle. Das war es für heute mit meinen Handelsideen. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Ideen für sich auch nutzen. Sie können auch morgen wieder ganz normal hier um 9 Uhr einschalten. Dann bespreche ich wieder mit Ihnen. Ein paar meiner Handelsideen für den laufenden Handelstag. Gegen 8 Uhr kommt das Ganze dann wieder auf die Website von Tickmill in den Blog hinein. Da können Sie also schon früh schauen. Und Sie sehen ja auch heute wieder, das ist der zweite Tag in Folge, wo wir einfach Setups gehabt haben, wo diejenigen von Ihnen, die den Blog schon gelesen haben, einfach früher dran sind und den einen oder anderen Trade vielleicht auch direkt schon reingehen können. Ich zeige Ihnen nochmal ganz schnell, wo Sie das Ganze finden. Einen kurzen Augenblick. Ich mache im Internet Explorer nur mal die Website von Tickmill für Sie auf und ziehe Sie Ihnen nach unten. Das heißt, schauen Sie hier, das ist die Website von Tickmill. Wie schon gesagt, auf der Website finden Sie sehr viele Informationen über Tickmill, über die Handelsinstrumente. Das sind vielleicht auch Dinge, die Sie hoch interessieren, was die Spreads angeht, welche Handelskonten. Schauen Sie ruhig mal rein. Ist wirklich sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Und dann gibt es hier immer wieder den Blog. Den gibt es jeden Tag, wenn ich sozusagen nicht Urlaub mache. Dann zeige ich Ihnen meine Handelsideen hier an dieser Stelle. Und da gibt es die Handelsideen immer schon morgen, so gegen 8 Uhr. Können Sie reinschauen und da sehen Sie im Endeffekt die Bilder, die ich hier für die Vorbereitung auch mit auf der Uhr hatte. Und dann können Sie natürlich im Nachgang, wenn Sie reingeschaut haben, direkt das Video auch anschauen. Gibt es auch immer wieder eingeladen auf die YouTube-Seite von Tickmill. Also auch hier für all diejenigen für den Nachgang. Ich lade Sie ein. Schauen Sie es sich an, wenn Sie Fragen haben. Klicken Sie auf Ask this Expert und damit können Sie einfach reingehen. Also an dieser Stelle einen schönen Handelstag. Ludger, ganz lieben Dank für Ihre Wünsche und ich sage mal bis morgen. Tschüss, Ihr Mike Seidel.